hallo hier ist martin für meine bank hier ist das die lachsanalyse für nun montag den 12.02.2024 und die zurückliegende woche war nur ziemlich langweilig im grunde könnte ich copy paste die analyse vom freitag hier jetzt noch mal reinsetzen denn da ging einfach nichts kann mal ein bisschen die daumen drücken für euch das jetzt in der neuen woche ist ja verfallswoche ein bisschen mehr wieder los ist ist allerdings auch ein kleiner verfall also zu viel hoffnung braucht euch jetzt erstmal noch nicht machen gucken uns mal an wie wir grundsätzlich stehen und sehen dass es der gleich tag ist was wir am vortag wir haben unten einmal drunter gerissen wir haben wieder am eröffnungsniveau geschlossen also es ist nahezu fast identisch zum vortag deswegen denke ich brauchen wir uns ja auch gar nicht so viel zeit nehmen das hier ewig durch zu kauen wir hatten gestern gesagt wenn er sich oberhalb von 79 nach oben drückt das haben wir gar nicht gesehen er ist nicht mehr über den 17.000 gekommen haben gesagt wenn er dann über 17 30 geht dann könnte er bis zum abend hin durchsteigen all das gar nicht erst zum tragen gekommen weil er ja gar nicht von der 970 raus gekommen ist nicht mal über 17.000 stechen konnte sondern eher nach unten gerutscht ist unten hat man gesagt dass er dann eben bestimmt noch mal die 960 austestet das haben wir gesehen hat es auch gut verteidigt hat sich wieder hochgezogen nahezu an das eröffnungsniveau und damit steht hier drin wie es drin steht man könnte sogar eine leicht bullische verkeilung rauslesen also wenn ich jetzt die hochs und tiefs verbinde dies nach einem kleinen bullischen keil aus aber auch der müsste sich oberhalb der 17.000 lösen und deswegen kann man das ja eigentlich fast fast genauso zum montag mit reinnehmen wie wir am freitag rausgegangen sind kriegt er sich gelöst über 17.000 970 wieder oben raus drücken müsste auch die 1735 nach oben drücken und er hätte dann hier platz bis 171 27 200 und auch mehr sollte wieder nur abkippen bleibt der kontakt mit der lila linie hier noch aus der liegt jetzt bei 850 und alles was tiefer geht wird dann wohl richtung 37 und 660 laufen und mehr brauchen wir ja eigentlich jetzt auch nicht drum herum um heißen brei quatschen das ist es solange wir oben kein signal bringen und kein signal bringen darf er erstmal auch weiter seitwärts sowas sollte man immer nie vergessen ja dass man nicht zu optimistisch und zu euphorisch ran geht wenn noch keine signallage entsprechend da ist ja auch dann abwartet und wie gesagt habt ihr müsst jetzt hier wirklich die 17.000 rausnehmen zumindest über 7 über 79 mal richtig schön anschieben und das nicht nicht bloß kurz zur exeter öffnung sondern wirklich einen schönen saftigen durchschluss aber wie gesagt mit so ein bisschen tendenz zur bullischen verkeilung hin hier könnte das eigentlich auch recht zügig dann ablaufen dann neues hoch und dann müssen wir neuen hoch wieder gucken wie zügig wird es abverkauft ja da sollte man sehr sehr genau hingucken weil die letzten hochs alle abverkauft wurden wird das neue hoch wieder nur abverkauft darf man ganz gewiss davon ausgehen dass das dann wieder richtung 960 900 abgegeben wird da müsste müsste das wirklich schön gestanden kriegen und die schönen kerzen oben raus stehen nur flach zur seite weglaufen keine großartigen rückläufe vermeiden ihr fette roten stunden kerzen dahinter zu hacken sonst gibt er dann auch bloß wieder um und schiebt uns hier einfach so wie jetzt die ganzen letzten wochen hier einfach weiter zur seite unterschätzt das nicht naja es gibt viele die tun sich im zeitwärts ordentlich vom vormasseln ein weil sie immer wieder oben und unten weit raus wollen ja immer die großen ziele anpeilen und nicht so richtig darauf achten wie reagiert denn der an den signalpunkten da 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 erkennt man halt wie wie bewegt er sich was macht da wird so ein tief angenommen wird es verweigert dann kann man dann schon wenn er hier unten so tief verweigert kann man schon prinzipiell davon ausgehen dass das jeden fall dann hier wieder reingeht in die 930 960 ja genauso wie wenn er hier oben hoch ab nicht annimmt und verweigert und abstraft dann kann es auch davon ausgehen er läuft hier noch fast mittig rein zurück naja im gegensatz wenn er dann oben schön stehen bleibt dann haut man einen short rein her sondern dann wartet man erst mal ab wie weit er sich raus zieht oder geht vielleicht sogar noch eine etage long mit ja also dort genau hingucken ziele sind gleich kennt ihr jetzt mittlerweile schon auswendig und von daher ich mache es hier nicht länger als nötig so komplex ist die situation nicht und drückt euch die daumen dass am montag ein bisschen spannender wird wie die letzten tage und viel erfolg gutes gelegen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss